Ja Kalimera wieder einmal. Jetzt war ich eigentlich schon wieder im Wiglwagel, wo ich ein Video machen soll. Gut Wienerisch Wiglwagel. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich eh schon länger keins gemacht habe. Ja, wie man sieht, ich habe schon das Wetter an. Ich habe auch schon einmal geheizt am Abend. Es ist, was ist denn? Es ist 20. November. Das Wetter ist noch schön. Es soll aber heute umschlagen. Es hat schon Regen gegeben, starken Regen gegeben. Nicht zu stark, aber genügend für das, auf das die Bauern gewartet haben. Ja und jetzt soll es wieder Regen geben. In den letzten Tagen habe ich Holz geschnitten, damit ich, falls es mir zu kalt wird. Und ja, erfrorener bin ich ja nicht insofern. Also bis 18 Grad halte ich es schon ohne Heizen aus, aber alles, was dann drunter ist, ist es natürlich komfortabler, wenn man sich warm machen kann. Hinter mir sind noch ein Messgübel. Ja, der einzige im Übrigen hier am Strand. Da draußen ist das Meer. Irgendwo ist auch die Sonne hinter mir. Da oben. Ja. Temperaturen untertags knapp noch an die 20. Vor allem in der Sonne wird es schön warm natürlich. Ich glaube jetzt fallen es einmal dann unter 20 oder deutlich unter 20 gegen 15 hinunter. In der Nacht hatten wir das erste Mal unter 10 jetzt, zwei Nächte lang. Wie gesagt, vorgestern hat es überhaupt den Kältestruz gegeben. Da habe ich das erste Mal dann eingeheizt. In diesem Sinne, jetzt kommt bald die Vorweihnachtszeit, falls ich mich nicht mehr melde. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Hier noch einmal der Strand und Meer. Gute Zeit. Ja, saas.